Von Bohemia. Die ist ja nur gemeintet hier. Die ist ja aus Armata importiert. Achso, Entschuldigung. Ich hab wieder alles versorgt. Ey, Gruber! Wir müssen jetzt hier los! Öh... Oh, ein... Heli kaufen! Einen kleinen Trick? Oh, lass uns am Leben! Also ab und zu werde ich mal seekrank. Ich weiß nicht, wie das in der Luft ist. Ah, Feuerball. Öh... Das ist so teuer. Alter. Ach was, das Ding ist doch geil, oder? Ja. Was mich jetzt so in starken Boden, den ich schläge im Senk, ich spüle. Ah, ist mir schon schlecht dahin? Öh... Und jetzt wäre besser als Co-Milots, oder? Der Gruber! Geschwindigkeit? 40 kmh. 30 kmh. 4, 2... Jetzt stehen wir auf der Stelle. Was kostet das Ding? 90 kmh. 1, 2, 3... So machen. Du musst doch eigentlich Dinge in den Boden saugen, oder? Theoretisch, ja. Ja, macht es eigentlich nicht. Mir fällt langsam verunter und ist gut. Kass, das ist halt recht. So. Die Lenden ist halt. Die Töne, das Ding. Der Säger schlägt mir aus. So was ist mit der Kamel, kein Problem. Ist der Magen noch da, wo er hingehört? Nein. Ähm. Ähm. ... 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 Du, ich muss aber ein bisschen weiter vorne raus, ne? Ja, hab ich schon gefragt. Ja, wir müssen noch einen kaufen. Ja, wir müssen noch einen kaufen. Ja, das war auch mal eine wilde Fahrt jetzt so. Also, damit möchte ich mir für den kleinen Ausflug bedanken, ey, das hat Spaß. Ja, gerne, wir müssen gerne, also. Dankeschön. Äh, falls ihr mal, irgendwann auch mal Bock habt zu kommen. Ja. 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 Oh, äh, nee, da musst du, da musst du eigentlich den Typen in der Militärkleidung nachfragen. Der hat uns auch gerade eingeladen auf den Rundflug. Aber irgendwie, äh, na mal gucken. Was haben wir gemacht mit dem Elektron? Oh, ich weiß nicht, der, 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 der wollte uns nur die Tür aufmachen. Nicht so gut aus, irgendwie. Äh. Das ist sehr blöd. Ich fürchte, er kann auch nicht reden hier. Ich hoffe, ich würde auch nicht zu dicht ran, ich würde da auch nicht zu dicht rangehen. Ja, ja, er hat sich in Sorge um seine, kann ich verstehen. Ich wollte wirklich nur wissen, was das für ein Helikopter ist. Boah, ich glaube, die Kohle, ich glaube, ich glaube, wenn der so ein Heli hat, ist ihm die Kohle schon egal, weißt du? Aber, äh, guck mal, wie das Ding wackelt. Er scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Der Helikopter heißt Osprey. 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 Ungefähr so, um die 15,30 Euro. Äh, Milo. Million. Hier ist doch, äh, Helikopptshop. Da können wir dir doch mal gucken, was wir hier kaufen können. Warte mal. Ich gucke mal auf der Karte. Äh, das ist da vorne. An der, an der weiß-roten Stange da vorne. Tja. Äh, 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 jo. Das ist ja mal was, ne? Ja.